macht euch bereit wir werden gleich sterben ich denke nicht wir sind das nicht klingt weil der ist zu und schlau man denkt immer die monster sind dumm aber das ist nicht so macht es bereit er wird jetzt hier vor meinen augen sein denkt ich mir dass der maschinenraum falls hier die anderen folgen nicht gesehen habt das das brauche ich nicht weil wieso sollte sich andere teile aufheben weil ich habe schon die anderen teile gefunden also die pump habe ich gefunden was habe ich noch hau jodo kommt ihr beginnungs in die höhle zu dürfen damit wir uns gehen lassen ist dann jemand hallo hallo monster bist du da wunderbar ich habe ein geschenk für dich oder drei sogar 44 geschenke habe ich ja der ist hinter mir es ist nicht so gemeint wie ich gesagt habe ich habe keine geschenke kannst dich verpissen verpiss dich ich sehe egal ob der mich jetzt erwischt ich konnte darum ich habe seine fußstöpfen gehört fußstöpfen der hat keine fußstöpfen der schlägt einfach darum dessen schleimmer immer die schlechten wortwitze vorwitze fortspieler es kann es nicht lassen ist noch ein raum bitte lass mich bitte lass mich in ruhe zeit drauf ich habe die kette dieses ketten dings habe ich gefunden also dieses schere dann noch dass die kette und was habe ich noch gefunden dachte eins haben wir alles um mit rettungsflasche post doof ich für kein mensch sei es drauf wir werden eh nicht gewinnen aber der versuch es geht also der versuch auf den kanal der schild immer auch wenn der versuch bis ein hell bricht aufgenommen wurde der fuß der fuß der fuß zählt der fuß in meinem gesicht von diesem monster der schild von den von den aber die fels ist jetzt nicht wissen man kann sich hier jetzt verstecken warte ich zeige es euch man kann sich hier verstecken und ansehend können wir hier gar nichts mehr finden ach komm wir machen die YOLO-AXON jetzt haben wir es zu verlieren es gibt nur noch einen örtchen wo wir zum beispiel noch schauen können da ist die verständlichkeit hoch dass wir das noch finden hier ist der verschlossene raum dem wir nur mit dem telefon erreichen können weil dann kommt das monster und bricht einfach hier alles zusammen es kann auch sein dass es hier in den kisten ist also das face gerät so ein paar mal passiert dass da was nützliches dabei ist und es kann sein dass es auf dem boden liegt wir müssen schauen ach fick dich ja ich werde jetzt langsam vulgär aber YOLO komm find mich ich bin hier und trinken bier und gleich ist es 4 obwohl es nicht stimmt ja der hat mich gesucht äh gefunden gesucht gesucht und gefunden herzlichen glück und da ist noch eine tür da ist es nein nein aber der der die 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 Wir haben es gefunden. Und wir werden jetzt sterben dadurch. Ach du meine Güte. Da ist es doch. Hä, sind wir blind? Oder waren wir auf der anderen Seite? Jawohl. Also wenn wir jetzt sterben, dann mit Ehre. Wir haben es gefunden. Wo ist denn das Teil? Das war vorhin doch noch da. Ist das Spiel wieder verpackt? Es kann sein, dass das Spiel verpackt ist. Manchmal, manchmal verpackt, das Schleimmonster. Oder die anderen Monster. Das kann manchmal auch sein. Weil das Spiel ist ja nicht so das flüssigste und packfreiestes Spiel. Und jetzt gehen wir in den U-Bootraum für den Final Countdown. Wo geht's denn jetzt so lang? Hier wollte ich nicht. Hier muss irgendwo die Treppe sein. Es ist der Final Countdown. Ich hoffe, die Gamer sperrt mich nicht. Äh, mich, mich, mich nicht. Ich hoffe, die Gamer sperrt mich nicht. Deutsche Sprache ist fähre Sprache. Langsam erwähnt die Lippen auch wirklich. Wie soll ich sagen, wenn bei mir einfach trocken, trocken wollte ich sagen. Vielleicht mach ich jetzt gleich eine Pause. Das wäre witzig, wenn das Teil einfach ausgeht. Und sozusagen die Batterie, äh, die Batterie, keine Ahnung, das Gas oder wie auch immer das funktioniert, einfach so weg geht, so leer wird und die sich einfach nicht schlüchten kann. Das wäre mal geil. Sollen die mal ins nächste Update packen oder so ein Hard Mode, wo man fast keine Chance hat, gegen die Monster zu entkommen. Obwohl es jetzt so ein Hard Mode ist. Es kann sein, dass das Monster gar nicht existiert, weil es verpackt ist. Aber dann zeige ich euch, wie das Ending dann aussieht. Und dann ist das ein Hard Mode. und das monster lebt und wir sind am arsch etwas witzig wenn es jetzt auch noch kommt und mich kühlt nachdem was ich jetzt als erlebt habe so jetzt ist das obo träumchen und das ist ein träumchen so jetzt weiß ich das gerät und dann ab geht es nach oben dazu der steuer zentral ich hört das monster blubbern so man und jetzt sieht auch aus der protagonist als ob der keine ahnung fünf jahre lang am stück gearbeitet hat so dreckig ist auch von der seele ist da dreckig so so viel packen jetzt das teil und so fertig so jetzt ist eine von diesen geschäften gesperrt weil wenn wir jetzt das aktivieren kommt der durch einer dieser drei schäfte und jetzt müssen wir die batterie einsetzen die views weil ich habe angst ich habe angst es kann sein dass das jetzt gleich wieder weg ist weil wir das jetzt aktiviert haben das fertig bewertet ihr jetzt gleich sehen falls wir jetzt fällen haben wir trotzdem gewonnen ich habe das schon mal geschafft habe das bei fast allen monstern geschafft bei fast allen kombinationen es gibt glaube ich nur 9 9 möglichkeiten und jetzt ich habte ich habte den kasten falsch gesetzt so eine minute und 50 sekunden oder es ist verpackt das problem ist wenn wenn das monster hierher kommt dann zerstörte uns die zentrale ist mir so ein paar mal passiert wir müssen aufpassen der kommt von der linken seite dieses afloch ich habe angst eine minute und paar sekunden ja ja das schaffe ich nicht junge was es kommt von hier oben geklettert die Nein, das schaffen wir nicht. Scheiße! Ah! Scheiße! Scheiße! Jetzt macht er bestimmt die Steuerzentrale kaputt, sehe ich es jetzt umkommen. Nein! 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 Das war unser Tod. Jetzt erfahren wir nie, ob das Monster jetzt die Zentral kaputt gemacht hat oder ob wir die Maschine zum Laufen bekommen haben. Das erfahren wir jetzt nie. Wir können jetzt spekulieren, indem wir einfach von der Spielzeit des Videos her ableiten können, ob wir es geschafft haben. Man hat ja gesehen, dass es bei 1 Minute und 18 Sekunden stehen geblieben ist, beim letzten Mal als ich geschaut habe. Nun ja, das war Monstrum. Bis zum nächsten Mal. Ach nee, was ist das für eine Folge. Oder zwei Folgen, ich weiß nicht, wie ich schneide. Ach Mensch. Ach, come on, ey. Sei es Spiel. Ich spiel es nie wieder. Das war's. Hast du noch nicht. Eher cobriент nicht. Pr necessary. Ja, ich hab ja nach mir dabei.